Liebe Austria-Familie, hier ist der Matthias. Ich habe mich dazu entschieden, ein neues Abenteuer anzunehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die letzten zwölfeinhalb Jahre in Violett. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit in meinem Leben, das werde ich nie vergessen. Vor allem die Spiele in der Generalia Arena waren immer etwas Besonderes für mich. Ich hoffe, es geht erfolgreich weiter mit der Austria. Ich bedanke mich natürlich auch beim Verein dafür, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Ich wünsche euch nur das Beste und werde für immer Violetter bleiben.